Kapitel 4 Die Traumfänger Leo und Mia traten vorsichtig durch den dichten, dunklen Wald, der vor der Festung des Traumdiebs lag. Die Bäume waren hoch und schienen sich über ihnen zusammenzuziehen, als wollten sie den Weg versperren. Alles war still, kein Rascheln der Blätter, kein Vogel, der sang. Es war, als hätte die Dunkelheit selbst die Geräusche verschluckt. Das ist unheimlich, flüsterte Mia und griff fester nach Leos Hand. Leo nickte, während er sich aufmerksam umsah. Wir müssen auf der Hut sein. Der Traumdieb könnte uns jederzeit entdecken. Plötzlich hörten sie ein leises Summen, fast wie der Klang einer Melodie, die von weit her zu kommen schien. Das Geräusch wurde lauter, je weiter sie gingen, bis sie schließlich an den Rand einer Lichtung kamen. In der Mitte dieser Lichtung stand ein riesiger, funkelnder Kristall, der in allen Farben schimmerte. Ein Traumkristall. Um den Kristall herum schwebten mehrere Wesen, die aussahen, als wären sie aus Licht und Sternenstaub gemacht. Es waren die Traumfänger. Ihre leuchtenden Körper glühten sanft im Dämmerlicht des Waldes und ihre Bewegungen waren elegant, fast tanzend. Jeder von ihnen trug einen winzigen Traumkristall um den Hals, der in verschiedenen Farben funkelte. Mia schnappte leise nach Luft. Sie sind wunderschön. Leo trat vorsichtig einen Schritt vor. Seid ihr die Traumfänger? Eines der Wesen, es war kleiner als die anderen, mit einer weichen blauen Aura, drehte sich zu ihnen um. Seine Stimme klang wie eine Mischung aus Wind und Gesang, als es sprach, Ja, wir sind die Hüter der Träume. Wir bewahren sie, schützen sie und führen sie sicher durch das Traumland. Doch in letzter Zeit wurden viele Träume gestohlen. Der Traumdieb hat unsere Macht geschwächt. Leo trat näher. Ich glaube, er hat meine Träume gestohlen. Ich habe sie verloren und kann mich an nichts erinnern. Könnt ihr mir helfen, sie zurückzubekommen? Das blaue Wesen schwebte näher und betrachtete Leo neugierig. Deine Träume wurden nicht nur gestohlen, sie wurden in die Festung des Traumdiebs gebracht. Wir spüren die Dunkelheit, die er über das Traumland gebracht hat. Die Träume, die er stiehlt, werden schwächer und schwächer, bis sie schließlich für immer verschwinden. Mia trat vor und fragte mit ernster Miene. Aber warum macht er das? Warum stiehlt er die Träume der Menschen? Das Wesen senkte traurig den Kopf. Der Traumdieb war einst einer von uns. Er war ein mächtiger Traumfänger. Aber er wollte mehr. Er glaubte, wenn er genug Träume sammelt, könne er die Kontrolle über das gesamte Traumland übernehmen. Doch die Macht hat ihn verdorben. Nun will er alle Träume besitzen und sie für sich behalten. Leo ballte die Fäuste. Dann müssen wir ihn aufhalten, bevor meine Träume und die von anderen für immer verloren gehen. Die anderen Traumfänger schwebten näher heran und das blaue Wesen sprach weiter. Es gibt einen Weg, in die Festung des Traumdiebs zu gelangen, aber er ist gefährlich. Ihr müsst durch das Labyrinth der verlorenen Träume gehen. Ein Ort, an dem die Grenze zwischen Realität und Traum verschwimmt. Dort könnt ihr alles verlieren. Euren Mut, eure Erinnerungen, sogar euch selbst. Mia schluckte, sah aber entschlossen aus. Wir haben keine andere Wahl, oder? Das blaue Wesen nickte langsam. Nein, wenn ihr Leos Träume zurückholen wollt, müsst ihr das Labyrinth betreten. Einer der anderen Traumfänger, ein großes Wesen mit einer tiefroten Aura, schwebte vor und reichte Leo ein kleines, schimmerndes Amulett. Dieses Amulett wird euch helfen, eure Gedanken zu bewahren. Solange ihr es bei euch tragt, werdet ihr eure Träume nicht vergessen, auch wenn das Labyrinth versucht, sie euch zu nehmen. Leo nahm das Amulett dankbar entgegen und hing es sich um den Hals. Es fühlte sich warm an, als ob es lebendig wäre. Dankeschön, sagte er fest entschlossen. Wir werden das Labyrinth durchqueren und den Traumdieb besiegen. Die Traumfänger neigten sich leicht vor, als Zeichen des Abschieds. Passt gut aufeinander auf, sagte das blaue Wesen, und denkt daran. Im Labyrinth sind nicht alle Träume so, wie sie scheinen. Mit diesen Worten machten sich Leo und Mia auf den Weg, tiefer in den dunklen Wald hinein. Die Bäume wurden dichter, die Dunkelheit schwerer, und bald konnten sie kaum noch die Hand vor Augen sehen. Doch in Leos Brust pochte das Amulett sanft, als ob es ihnen den Weg leuchten würde. Wir schaffen das, sagte Leo mehr zu sich selbst als zu Mia, während sie auf das Labyrinth der verlorenen Träume zugingen. Wir müssen es einfach schaffen. Vor ihnen tauchten in der Ferne die ersten hohen Wände des Labyrinths auf, dunkel, bedrohlich und endlos.